Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1503 History Edition. Wir sind immer noch im Krieg mit diesem hässlichen hellblauen Türkis, was auch immer. Er hat sich hier unten nämlich noch eine Insel, eine Tabakeinsel gegrallt, die actually besser aussieht wie meine. Aber ich glaube nicht, dass er eine größere Chance hat hier. Ich habe so viele Units damit, kann der glaubt gar nichts machen. Das Ding ist, er will jetzt seine Hauptstadt hier aufbauen, was halt ridiculous ist. Weil mein Schiff hier steht, wahrscheinlich. Na, wahrscheinlich schon. Ah, ich wollte mit ihm noch keinen Krieg machen hier. Aber wenn, dann fahr bitte hierher. Ich habe letzte Folge schon mit ihm einen Kurzkrieg gehabt, aber das wollte ich gar nicht. Okay, er hat mir den Frieden wieder genommen. Er, er natürlich nicht. Mit ihm will ich nie wieder Frieden. Gut, pass mal auf, du fährst wieder zurück. Ich brauche gar nicht alle Schiffe hier. Für unser Land, für unseren König! Mir nach! Zu den Waffen! Wir werden angegriffen! Setze mich in Bewegung, meine Schiffe! Wieder mit dem Fall! Wir erinnern! Dann ruhen Sie mir! Für unser Land. Das bin ich, ich bin glücklich, weil wir haben keine Gewürze und keine Tabakwaren seit gefühlter Ewigkeit, aber hey. Okay, haben wir ihn jetzt endgültig, oder? Habe ich noch irgendeine Insel übersehen? Also ich muss, denn das ist ja, ich möchte ihn ja endgültig auslöschen. Das wäre ja schon ganz schön. Sonst ist es ganz schön nervig. Ich fahre es nochmal hierher. Wieder aufs Schiff. Das da jetzt jedes Mal fragt. Ah, okay. Fahren wir ein bisschen weiter nördlich davon. Das wäre ganz gut. Wo soll's hingehen? Ich glaube, wir passen nicht alle auf das Schiff, ne? Nö. Okay, jetzt ist die Dunkelblau da. Was soll denn das? Also es stört mich nicht, aber wenn ich dann da... Also wenn das wieder eskaliert, ne? Also... Ich will halt mit dem Dunkelblauen eigentlich noch keinen Krieg führen. Ich hatte jetzt genug Krieg für die nächsten 10 Minuten, aber der will halt, ne? Wir sind auf dem Weg, mein Herr. Er will's halt nicht anders. Okay, pass mal auf. Vielleicht sollte ich beide Schiffe hier behalten erst mal. Ja, ich will halt, ich will halt eigentlich ihn erst endgültig zerstört haben. Erst wenn das erfolgreich ist. Dann will ich halt erst, ähm, weiter fortfahren. Betrüger und Blutsauber, das seid ihr in Rheinkultur. Alle Batterien, Feuer! Feindliche Kanonen feuern auf eurer Schiff. Aber versenkt er mal bitte. Ahoi, ihr Wasserratten! Versenkt er, ihr Landratten! Ahoi, ihr Landratten! Macht euch bereit, unterzugehen! Flotte, nehmt Fahrt auf, Kommandant! Die Armada greift an, Kommandant! In den Kampf! Entert das gegnerische Schiff! Flotte setzt sich in Bewegung, Kommandant! Okay, ich glaub, es ist nichts mehr übrig sonst. Käpt'n! Mein Käpt'n! Ahoi, ihr Landratten! Ihr werdet angegriffen! Setz neuen Kuss! Man greift eure Schiffe an! Es ist uns eine Ehre! Feindliche Kanonen feuern auf uns! Die Armada greift an, Kommandant! wird es auch Maus! Der Kampf geht, mit der sinkend ab. Und in den Kampf geht es mit. Ahoi, Käpt'n! Abspann! Abspann! Mein Käpt'n! du fährst zurück meine befehle sind angriff sorry aber ja er geht glaubt unter naja geht nicht und was soll das ja 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 Ja. Eigentlich wollte ich ja gar keinen Krieg gegen ihn führen. Also ich wollte nochmal ganz kurz, ja, für alle, die jetzt in den Kommentaren gleich abgehen, wieso. So, ich wollte eigentlich gegen ihn keinen Krieg führen, aber es nervt mich halt. Also es nervt mich halt wirklich. Ja, der andere, okay, der hat es verdient, ganz ehrlich. Oh, das war sehr gut. So, die meisten, die gehen da rein. Das wird bei weitem nicht alles sein. Alles andere hier rein. Müsste reichen, oder? Dann kann das eine Schiff nämlich reparieren gehen. Okay, ich glaube, die verfolgen mich nicht. So, du Schiff, fährst dann mal zu denen. Und ihr zwei fahrt natürlich auch hier erstmal hin. So, der Gelbe wird sich natürlich jetzt sagen, äh, der freut sich natürlich, dass ich hier, äh, einen Platz gemacht hab. Äh, 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 geil. Ich wusste, ich das selber machen kann. Ja, mein Scout macht das jetzt für mich. Ein Scout Schiff. Ahoi, ihr Wasserratten. Denn die Vorsäge fahrt am Wind. Na ja, komm, wir machen das hier. Über die Ecke, da wo die Brück steht. Das ist, glaube ich, guter Plan. Aber, ich würde sagen, erst mal, wir warten noch kurz, bis die Schiffchen da sind. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge, ne? Ich war, ich hab mir halt keine Ahnung, ob die KI, wenn's tot ist, dann... Das ist, äh... Ist das ein hellblaues Schiff? Das ist ein hellblaues Schiff? Das ist ein hellblaues Schiff! Oh, ihr fahrt damit hin, meine Freunde. Aber es ist ein letztes Schiff. Das ist ein allerletztes Schiff. Neue Befehle für die Flotte, Kommandant? Ja, repariert das mal, bitte. Ein Schiff wurde repariert. Und dann mach ich mal hierher. Ein Feuer ist ausgebrochen. Feuer. Ähm... Was genau tut ihr da eigentlich? Es sollt hier drüben... Feindliche Kanonen feuern auf euer Schiff. Ja, ihr sollt ja auch da nicht hin. Halt am Wind! Feindliche Kanonen feuern auf euer Schiff. Ähm... Jo. Alle Batterien... Feuer! Fertig zum Entern! Versenkt sie! Wollenklappautermann! Der hat da echt noch... Irgendwie hat er irgendwo noch ein Schiff gehabt. Oh, oh. Huch! Nein! Oh, nein! Okay. Gut, ich würde sagen... Damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich habe zwischendrin, glaube ich, nicht gespeichert. Das wird jetzt echt scheiße. Äh... Haut rein! Ciao! Ciao!